Das ist jetzt die letzte Marine-Mission. Was jetzt wichtig ist, dass Geschütze aktivieren und sich die Smartcam nehmen, die da vorne liegt. Das ist größer als jeder von meinem Private-Mission. Und du denkst du, dass ich mich verletzen? Das Geschütz trifft ja gar nichts. Fuck. Lade noch. Jetzt kommen noch zwei von den ganz großen Viechern. Ehrlich gesagt, hasse ich die Viecher immer noch. Aus Makka-Munition. Gut. Da kommen sie. Ich halte einfach mit der Smartcon drauf. Stirb. Stirb, bitte, 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 bitte. Stirb, stirb, bitte, 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 stirb. Nice, nachladen. Mach, 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 mach. Abenteuer, Dauerfeuer. Direkt. Nice. Skill. Ich sag, behalte ich die Smartgun. Du bist, du bist, du bist ein Privatperson. Ich kann das nicht. Ein Bord an der Tafel. Du bist das viel, zumindest. Komm. Ich will dich lernen, warum es so viele von deinen Beinen hat sterben. Ich sag, warum es so viele von deinen Beinen hat sterben. Ich sag, warum? 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 Mir fällt auf, dass man selber der Quotennäger ist. Hör auf, Scheiße zu labern. 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 Ich kann nur snipen. Frotzen, meine ich. Nein! Ich will einen Sniper gegen die Typen haben. Fuck! Gelabg! Woah, fuck, ey... Jetzt will ich einen Sniper haben. Das ist eigentlich mein Spiel. Der Trottler ist. Schrotflinte, gerne mit. Da gibt es mehr, als du dich befestigst. Mehr, als du dich selbst zu beschäftigen. your loyalty possibilities think of what we could aaaah cool flatt nach rosa fuck wo ist er hin der ist runtergefallen lol ich hab keinen Bock hier zu verrecken jetzt warte nach warte nach der waaah scheiße nein waaah 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 waa indicate waa 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 Ah! 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 Verdammt! Die Struktur ist nicht höher. Geh jetzt! Jetzt! Oh! Oh, 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 oh. We, uh, have the data pad, sir. No complications. Yes. The live specimen is secure. Transmitting data pad contents. Now. This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessors' faith in it was justified. It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. The coordinates to the xenomorph homeworld.